So Freunde, heute habe ich nochmal den Björn Darko hier bei mir im SEO-Driven-Podcast. Wir sprechen über seinen neuen Job bei VisualMeta und wie seine SEO-Strategie vielleicht da aussehen wird. Also es wird spannend. Mein Name ist Christian B. Schmitt. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und wenn ihr mal SEO-Tipps von uns haben wollt, dann reicht eure Website ein unter digitaleffects.de slash seocheck. Im SEO-Driven-YouTube- oder auch Audio-Podcast spreche ich mit anderen Experten über die Trends und Herausforderungen im Online-Marketing. Heute habe ich meinen sozusagen Podcast-Kollegen Björn Darko im zweiten Teil unseres Gesprächs wieder an Bord. Und Björn ist gerade zur VisualMeta gewechselt und verantwortet dort jetzt das ganze SEO-Thema. Björn, erzähl doch mal, wie ist das so, wenn man jetzt in so einem Unternehmen, was ja für SEO bekannt ist, ja, was auch von Branchengrößen in der Entstehung beraten wurde, wo sozusagen schon so eine, ja, so eine Struktur vorhanden ist, die vielleicht jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Wie gehst du da ran? Wie, ja, wie machst du da deine Bestandsaufnahme sozusagen? Ja, in erster Linie muss man ja, glaube ich, einmal sagen, VisualMeta ist vielleicht dem meisten nicht wirklich ein Begriff, aber Ladenzeile zumindest und auch Shop-Alike, also VisualMeta betreibt, ich glaube, es sind momentan zwölf verschiedene Shopping-Plattformen, Meta-Suchmaschinen für Online-Shops in zwölf verschiedenen Ländern. In Deutschland ist es Ladenzeile, in Österreich ist es Ladenzeile.at und sonst überall Shop-Alike. Und genau, es ist eine Meta-Suchmaschine für Online-Shops, das heißt, per Feed kannst du als Online-Shop sozusagen deine Produkte bei uns listen. Wir akquirieren Traffic über SEO, AdWords und all die anderen Kanäle sozusagen und beliefern dann die Online-Shops mit Klicks am Ende des Tages. Das ist sozusagen das Business-Modell dahinter und für mich natürlich total spannend, weil ich habe ja in 2012, 13 und 14 bei Riccardo gearbeitet. Da war es schon E-Commerce und dann war ich ja im Publishing und dann im Software-Business und so weiter und habe mich immer an E-Commerce zurückgesehnt, weil es halt die volle Palette an SEO eigentlich bietet. Du hast Technik, du hast Content, du hast alles im Prinzip, was wichtig ist. Und genau das ist halt jetzt auch wichtig, hier einmal, wenn man einen neuen Job eingeht, zu gucken, wie steht es halt um so wichtige Themen wie zum Beispiel Content, wie steht es um wichtige Themen wie UX, wie steht es um wichtige Themen wie Keyword-Skalierung, Technik und so weiter und so fort. Und dafür habe ich jetzt am Anfang natürlich sehr, sehr viele Gespräche geführt mit allen relevanten Stakeholdern. Ich spreche mit dem Quality-Management, die im Prinzip dafür zuständig sind, die Seiten zu kuratieren, was am Ende dann auch sozusagen, ja, die Produkte darstellt mit Titel, Beschreibung, Bildern und so weiter. Ich muss mit Sales sprechen, die dafür zuständig sind, neue Shops zu akquirieren, gerade im Hinblick auf neue Keywords zum Beispiel oder irgendwelche Trends, die natürlich kommen. Wichtig, dass man da mit denen einen engen Draht hat, um auch, wenn man neue Trends erkennt, sozusagen, sie zu briefen, dass sie weder Kaltakquise machen müssen, sondern wirklich auch gezielt Inventar einsammeln. Ich muss natürlich mit Product and Engineering sprechen, weil natürlich vieles auf der Webseite natürlich, ja, auch SEO betrifft. Wir müssen über interne Verlinkungen sprechen, wir müssen über Web-Vitals sprechen, über Seitenladezeiten sprechen, über das Indexierungsmanagement sprechen und natürlich auch mit Content, weil wir haben ein Riesen-Content-Team, auch das ist sozusagen neu aufgestellt, wo natürlich jetzt auch sich Gedanken gemacht wird, wie können wir sozusagen auch Top-of-Funnel noch mehr Kunden akquirieren und da bedarf es natürlich auch Zusammenarbeit, Best Practices, Guidelines, Strukturierung von Content, auch Keyword-Fokus, Recherche und so weiter. Das auch mit dem Management und allem drum und dran. Also es sind viele Gespräche führen, alle möglichen Informationen einsammeln, die man gebrauchen kann, um dann daraus eine Strategie und eine strategische Vision zu erstellen, wie man eigentlich SEO betreiben kann, sollte so das Prinzip alle anderen Abteilungen davon auch Nutzen haben, weil wir sie natürlich auch bereichern müssen mit den Daten und den Ansätzen, die wir im SEO haben. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist ja sozusagen wirklich so auch mit der Vergangenheit der Suchmaschinen-Optimierung ein sehr linklastiges Thema gewesen. Wie würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn jetzt so ein klassisches Link-Building für so eine Brand heute noch? Ob das jetzt nun eben eure Brand ist oder auch eine Idealo oder Riccardo, eBay, vergleichbare Sachen, die ja früher sehr, sehr stark oder selbst eine Zalando sehr, sehr stark mit Link-Building sozusagen auch im SEO skaliert wurden. Was spielt das heute noch für eine Rolle? Ja, es ist ein witziges Thema, weil als ich zum Beispiel bei Riccardo angefangen habe, habe ich das Link-Building sofort eingestellt, weil wir immens viel Geld dafür bezahlt haben zum Beispiel und ich aber gesehen haben, dass wir auf natürliche Art und Weise schon echt enorm viele Links und relevante Links generiert haben, weil du kannst dir vorstellen, es ist eine Auktionsseite damals gewesen, du hast so witzige Auktionen wie ein vergammeltes Schulbrot oder irgendwie hat jemand sein Schloss versteigert oder so. Da generierst du halt schon echt sehr, sehr gute Links auch über verschiedene Medien und so und trotzdem haben wir irgendwie noch viel Geld ausgegeben für diese ganzen Billig-Blocks, wo du schon die Dinger aufgemacht hast und hast schon gesehen, anhand des ersten Absatzes, wo sich fünf Sachen wiederholt haben, okay, das ist Schrott. Das haben wir im Prinzip sofort eingestellt und haben eigentlich mit produktbezogenem SEO, Keyword-Skalierung und wirklich auch Produktqualität verbessern, eigentlich Sichtbarkeit und Traffic und Revenue viel, viel schneller steigern können. Bei Ladenzeilen oder anderen E-Commerce-Unternehmen ist es natürlich genauso. Ich glaube, dass gerade am Anfang, natürlich brauchst du Links, um sozusagen auch Autorität aufzubauen. Das ist für jedes Startup so, bin ich der Meinung, dass du da gucken sollst, wie kannst du über PR-Maßnahmen, PR-Kampagnen und so weiter viel Links aufbauen, um dir Autorität in deinem Feld auch für Google, für die Domain aufzubauen. Ich glaube aber natürlich jetzt auch bei Ladenzeilen oder Shop-Alike oder auch bei anderen E-Commerce-Unternehmen, die jetzt schon zehn Jahre oder so genau das machen, ist es glaube ich nicht mehr notwendig, weil man hat sich sozusagen ein gutes Standing aufgebaut und sollte sich dann eigentlich eher darauf fokussieren, auch hier wieder eher das Produkt mit zu verbessern und SEO zu betreiben, sodass sozusagen das Produkt davon auch was hat. Viele E-Commerce-Unternehmen, das weiß ich auch, sind natürlich sehr, gerade im Internationalen, die international aufgestellt sind, sind sehr kampagnenbezogen für die einzelnen Countries und betreiben SEO eigentlich als reine Link-Building-Maßnahmen und das ist nicht mein Ansatz, nicht mein strategischer Ansatz und auch nicht meine Vision von so einem E-Commerce-Unternehmen, wie es jetzt Ladenzeile zum Beispiel ist. Das ist ganz witzig, weil gerade bei uns, wir kriegen auch zunehmend internationale Kundenanfragen, die dann eben in den deutschen Markt reinkommen wollen und sehr häufig ist wirklich da der Fokus auf einfach, ja, wir brauchen jetzt 20 Links pro Monat, ja, aus Deutschland, wo ich dann so sage, okay, stopp, halt mal, was ist denn hier, habt ihr überhaupt Content? Dann ist ja teilweise übersetzt, automatisch vollkommen bekloppt, ja, und so das große Ganze fehlt dann halt, ne, aber das, also das erstaunt mich immer wieder. Ja, aber genau, was ja jetzt spannend ist bei so einer Property wie Ladenzeile, ist ja tatsächlich, es wird ja viel diskutiert über SEO-Effizienz, Indexierungssteuerung und so weiter. Für wen ist das jetzt wirklich relevant, ja, gibt es einige Stimmen, die sagen wirklich nur für riesige Seiten, Google hat irgendwann mal sich breitschlagen lassen, mal eine Million zu nennen als Anzahl der Seiten, aber mit dem Sternchen, dass es eigentlich keine feste Zahl gibt. Ich bin immer schon Freund davon, einfach aus der Disziplinierung her so früh wie möglich anzufangen, halt nicht irgendwie unsinnigen Content, unsinnige Seiten zu produzieren, selbst wenn man jetzt nur 50 Seiten hat, wenn davon aber die Hälfte irgendwie Schrott ist, dann finde ich, ist das auch kein gutes Bild. Aber jetzt in dem Fall, ihr habt ja wahrscheinlich Millionen, Abermillionen von Seiten. Wie geht man da an so eine Indexierungssteuerung ran? Automatisiert. Also es ist halt ein schon sehr großes, gutes Fundament sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen dürfen eigentlich, weil das ist so ein bisschen das Coca-Cola-Rezept. Ja, okay. Na, du kannst ja ganz allgemein, ganz allgemein darüber sprechen. So eine Meta-Suchmaschine für Online-Shops ist natürlich schon sehr, sehr wichtig in der bestimmten Intent-Phase eines Users. Der weiß noch nicht genau, was er kaufen will. Das ist sehr generisch gehalten von den Keywords. Wir haben ja auch keine Produktdetailseiten, sondern man klickt ja so sofort in den Shop. Das heißt, wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf Kategorien, auf die Kategorie-Seiten. Und da versuchen wir natürlich das zu indexieren, was im Prinzip auch von Usern gewünscht ist oder auch gesucht ist. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, mit verschiedenen Filterkombinationen verschiedene Landing-Pages zu kreieren und gucken da schon sehr stark darauf, was ist vom User sozusagen gesucht, was ist vorhanden an Inventar und wo glauben wir sozusagen, dass wenn wir das jetzt in den Index geben, dass wir dadurch natürlich A, User befriedigen und B, natürlich auch Geld mitverdienen. Das ist ganz klar. Und so steuern wir das im Prinzip ein bisschen. Und wie würdest du so von dieser allgemeinen Fragestellung da rangehen? Also sagst du wirklich, das ist nur was für so riesige Seiten wie jetzt eure oder vergleichbare oder denkst du, das kann auch eine Rolle spielen bei kleineren Seiten? Indexierungsmanagement jetzt insgesamt. Genau, ja, zu sagen, okay, ich setze halt Seiten auf nur Index oder versuche sie generell nicht, also gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja, ich meine, so ein Klassiker ist ja so WordPress-Blocks. Viele B2B-Unternehmen setzen halt ihre Verkaufsseite auf WordPress auf oder ähnlichen. Ja, wenn man jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob es bei Searchmetrics WordPress war, aber so eine typische Software-as-a-Service-Bude, die hat so ein paar Content-Seiten, dann hat man irgendein CMS. Sagen wir jetzt mal einfach, es wäre WordPress. Das produziert dann für jeden Anhang plötzlich eine Anhangsseite und dann legen die Autoren irgendwelche Tags an, die irgendwie keine sinnvollen Inhalte beinhalten. Dann gibt es irgendwelche Kategorien und Text, die sich überschneiden und so. Da kann man sich ja als SEO lange mit beschäftigen sozusagen. Absolut, ja. Aber kann man es auch einfach sein lassen aus deiner Sicht? Also ich glaube grundsätzlich immer, egal ob jetzt kleine Seite oder große Seite, man sollte schon darüber nachdenken, was man in den Index gibt oder nicht. Nicht jetzt aufgrund von, okay, ist vielleicht blöde Seite oder so, sondern ich meine, man will ja im Prinzip nur das, was auch Wert an den User generiert, auffindbar machen bei Google. Und alleine deshalb schon, und da muss man sich halt die Frage stellen, ist jetzt so eine Tag-Seite, bietet die jetzt in irgendeiner Form mehr Wert oder nicht? Oder eine Paginierungsseite oder so. Man kann ja auch sagen, okay, ich lasse alle Paginierungsseiten da oder alle Suchresultatseiten auf einem Online-Shop. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist es nachher im Endeffekt wirklich mehr wert? Und wenn man, gerade wir im SEO haben ja immer den Ansatz, dass wir irgendwie einzigartige Seiten sozusagen in den Index geben wollen, die wir auch kontrollieren können, die wir auch optimieren können, wo wir sehen, okay, wenn wir die jetzt noch ein bisschen weiter höher ranken wollen, müssen wir halt noch ein bisschen mehr Qualität drauf geben, wir müssen sie schneller machen, wir müssen mehr Fleisch auf den Knochen bringen und so weiter. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn dir bewusst ist, was deine einzelnen URL-Assets sind und nicht willkürlich sozusagen das indexieren lässt. Darum würde ich das schon selber steuern wollen. Und wenn du so große Seiten vor allen Dingen hast, wie jetzt jetzt Ladenzeile, Idealo, Zalando oder so weiter, dann ist es natürlich umso wichtiger, weil hier sprechen wir dann ja auch davon, wie Google mit dem Crawling umgeht. Also wir wollen ja auch, dass Google im Prinzip die wichtigsten Seiten crawlt. Wenn du gerade im E-Commerce an Saisonalität denkst zum Beispiel, musst du ja pro Saison auch das Crawling so steuern, dass im Winter genau die Sachen gecrawlt werden oder im Sommer genau die Sachen, die halt wichtig sind für diese eine Saison. Und da kannst du es dir einfach nicht leisten, sage ich mal, irgendwie on top of 300.000 Seiten, noch 1,5 Millionen Schrottseiten sozusagen crawlen zu lassen. Das ist einfach nicht zielführend meiner Ansicht nach. Und von daher muss man sich grundsätzlich bei so großen Seiten natürlich schon Gedanken darüber, mal kommen bei kleinen Seiten. Klar, ich meine, viele haben natürlich auch keine Ahnung davon und siehst ja selber bei manchen WordPress-Blogs, was denn da alles so im Index sind. Aber wenn du jetzt 20 Seiten oder so hast, ist es, glaube ich, nicht wild. Das kann Google dann schon gut ausfindig machen, was da jetzt relevant ist oder nicht. Jetzt haben wir ja im ersten Teil so ein bisschen über Produktmanagement und auch dort sozusagen die Themen gesprochen. Ein so ein Diskussionsthema in der SEO-Branche, wo auch wieder diskutiert wurde jetzt, gehört das überhaupt in SEO rein? Oder ist es eher Produkt oder Technik? Ist ja dieses ganze Thema Page Experience, Schrägstrich Core Web Vitals. Das ist ja ein ähnliches Thema wie die Indexierungssteuerung, würde ich jetzt fast sagen. Weil wenn ich jetzt eine winzige kleine Nischenseite habe, vielleicht irgendwie im B2B-Bereich, dann ist es wahrscheinlich weniger relevant für mich jetzt irgendwie die schnellste Seite on Planet Earth zu haben. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine riesige E-Commerce-Seite habe, wo auch sozusagen Transaktionen dran hängen, wo der Nutzer im Zweifel, das kennt man ja in den typischen einstiegenden Studien, dann auch weniger kauft, da sind dann solche Themen ja wichtiger. Würdest du das noch in der sozusagen SEO-Schiene sehen? Oder ist das genau eine dieser Schnittstellen zum Thema Produkt und Technik? Ja, ich denke, das ist ein Product-and-Engineering-Thema. Ich glaube, dass man im SEO dafür sensibilisieren muss, und zwar im ganzen Unternehmen, bis auch hoch zum Management. Es sollte halt jedem bewusst sein, dass eine langsamere Webseite, gerade im E-Commerce, am Ende des Tages ein Tiebreaker sein kann, auf einzelnen Positionen, Ranking-Positionen. Und ich glaube, Sysfix hatte ja jetzt gerade zu den Core Web Vitals ja auch nochmal eine schöne Studie gemacht, wo sie gesagt haben, dass es tatsächlich so ist, dass die, die bessere Werte haben, dann auch wirklich um ein, zwei Positionen besser ranken. Und die, die schlechter sind, im Prinzip schlechter ranken. Und das zeigt ja schon, wie Google mit dem ganzen Thema auch umgeht. und wenn du halt all deine Sachen gut machst, du hast eine gute Indexierungssteuerung, du hast genügend Content auf der Seite, du hast eine schöne Usability vom Grund auf, du hast ein schönes interne Verlinkungskonzept auf der Seite, du hast, du hast, du hast alles, was du hast und am Ende entscheidet dann sozusagen, wie schnell die Seite lädt darüber, ob du jetzt auf der Position rankst oder es dann Mediamarkt ist. Das, glaube ich, sollte man dem nicht überlassen. Allein schon deswegen. Und zweitens sollte man auch hier wieder, und das ist ja die Parallele auch zum Produktmanagement, immer den User im Kopf haben. Und am Ende des Tages ist es halt für den User-Grotten schlecht, dass die Seite langsam wächst. Und das sollte weder Product noch Engineering, noch SEOs, noch Managing Directors, noch dem CEO, noch dem CMO irgendwie egal sein. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dafür sensibilisieren, Product and Engineering dafür aber verantwortlich ist. Und was ich sozusagen eigentlich befürworte, ist, dass man so eine Art Performance Thresholds in Engineering gibt. Dass man, bevor ein Deployment passiert, ein bestimmter Threshold an PageSpeed KPI, Core Web Vital KPIs und so weiter getroffen werden muss. Und wenn das nicht der Fall ist, wird nicht deployed, sondern dann nochmal nachjustiert. Und ich glaube, das sollte so ein Thema sein, was vom Management auch mitgetragen wird, sodass das sozusagen der Prozess ist, der da ist. Und dann hat man diese Diskussion eigentlich auch gar nicht mehr, weil jedem ist bewusst, okay, entweder schaffen wir die 1,2 Prozent oder nicht, aber dann Deployen wir nicht. Ja, im ersten Teil habe ich mit Björn über SEO und Product Management gesprochen. Das Video verlinke ich euch hier nochmal. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert den Channel, damit ihr auch den dritten Teil nicht verpasst und aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Christian. Bis dahin, euer Christian.